Hallo und herzlich willkommen wieder hier mit mir, nur einer von vielen und ganz vielen anderen, nur einer von vielen. Wir sind doch alle nur einer von vielen. Wir wollen jetzt hier mal den Sir Edmund Rockwell auf dem Schwierigkeitsgrad, leicht, Gamma, Alphabeta, Gamma, ja. Wollen wir uns den jetzt erstmal angucken. Wir haben uns dann ein Setup ausgedacht, das werden wir gleich sehen. Wir werden da jetzt hoffentlich gleich alle rein teleportiert und es geht los. Let's get ready to rumble. Okay, los geht's. Okay, steht alles so wie vorher? Ihr wisst Bescheid. Penny? Meinst du echt? Boah, ich hab noch Angst, wa? Da kommen die ersten Kugeln, alles klar. Und da war der Slam, habt ihr gesehen. Okay, 180 Grad verteilen. Pass auf, kommt ne Kugel zu euch. Boah, öffscht. Macht das mit dem Slam, 180 Grad, verteilt euch. Penny, ich geh auf die andere Seite, ja. Weiter. Alles klar. Die Spinos machen nichts. Spinos mitpfeifen, einer von euch. AK, einer von uns. Draco, du machst, ja. Die Waffen, ich hab schon gerade den Tag hingekliffen. Nice. Kugel, Kugel, auf der Seite. Ich seh grad, ja, das ist Pennys Seite, ne. Kugel. Wow. Ja, eine Kugel, ja, die krieg ich. Okay, macht dann, genau. Ihr seid jetzt gerade alleine mit den Kugeln, passt auf. Jetzt müsst ihr den Kugeln ausweichen. Penny und ich sind zu Fuß, wir rennen gerade hinter euch her. Jo. Eine Kugel noch, die krieg ich nicht. Bist du die? Na, ich versuch. Ich hab sie doch. Der Boss ist frei. Auf den Boss. Kannst du die? Ich bin grad am Nachladen. Ich hab sie, ich hab sie. Danke. Auf den Boss. Boss Damage. Danach bleibt er auf der Seite, dann macht er halt da die Tentakel weiter, ne. Komm Penny, lass uns rumlaufen. Komm, 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 komm. Habt schon, da ist neuer Tentakel. Okay, neue Tentakel, selbe Spielchen wieder. Ja. Oh, das war ein Slam. Scheiße. Fähig einfach mit mir die Tentakel ab. Das glaube ich leichter. Pass, guck auf die Kugeln, ne. Die Kugeln machen halt für unsere. Die Tentakel weg. Ihr seid da gerade mit den Kugeln leider ein bisschen alleine. Wir sind auf der anderen Seite. Ich geh die Tentakel weg da. Freien, also schön. Dann gehen wir gleich zum Boss rein. Hier kommt, wir gehen zum Boss rein. Achso, okay. Sind noch ein oder zwei Tentakel auf der Rückseite, ne. Ja, ja, ich mach gerade noch eine. Ja, ich bin auch drauf. Eine glaube ich noch. Ja, wir müssen die Tentakel weg. Tentakel weg auf den Boss wieder. Boss Damage. Okay, der geht aber gut runter, ne. Jetzt gleich, passt auf. Okay, nameless bei mir. Tentakel, wo? Hauskaufen. Wir sollten halt nächstes Mal dafür bei Kölkertdämen schmetten, immer einen kurzen Kuss vom Lassen. Tentakel. Tentakel. Mhm. Jetzt werden die Tentakel gleich mit dem AE anfangen, ne. Ihr wisst Bescheid. Passt drauf auf, jeder muss selber gucken. Äh, das ist doch. Ach, das ist das, okay. Okay, okay. Das rockt ja richtig dann. Jo, passt drauf. Ich geh mal in die Richtung, wo er das glatt macht. Der hört gleich wieder aufhoffen. Penny trotzdem noch, wenn geht halt die Kugeln fokussieren, ne. Ah, Kugeln. Ich boller so viele weg, wie es geht. Ah, ich steck fest. Kugeln. Der muss erst mal kacken. So, Tentakel. Fuck, nehm' das. Warte, warte, ich bleibe, das ist halt tot. Ja, mach, mach. Mach den kaputt. Okay. Der hat mal den Rüstling kaputt gemacht. Ist tot. Noch einer bei mir. Der frei, er ist frei. Ich muss meine Rüstlinge ziehen. Ja. Ich muss um Boss. Boss-Damage? Ja. Muss rumlaufen. Die Graeber dürften nächste Bälle kommen, aber ich weiß es nicht mehr. Sollen wir dann lieber auf die Dingens gehen? Rock-Brakes? Wäre wohl besser. Ja, komm. Tentakel. Unsere Rock-Brakes kriegen auch Damage da hinten. Penny? Oh, Achtung, Achtung. Ja, ich bin einem Läger. Oh, ich bin eingekrämt jetzt. Ich bin eingekrämt. Oh, shit. Ich bin fast tot. Springen wir auf dein Viech? Die Kugeln halt, ne? Irgendwas. Mein Tentakel weg. Wow. Ich glaube, kein Stammer mehr. Auch nicht. Ich glaube, auch Stammer auf. Irgendwie kommt... Funktioniert mein Angriffsbefehl nicht. Die Spinos sitzen da so ein bisschen rum, ne? Ja. Tentakel wegmachen, einer noch. Ja, Stamina ist schon leer. Und zwei Stöten noch. Ja. Ich bin direkt am Eingang zum Boss, ne? Ich schon mal zum Boss. Ist das gleich wieder aufrufenbar? Ja. Manche haben nur Kugel, der ist nicht so weit wie da los. Boss angreifen? Ja. Geh los. Weg. Hä? Da ist ein Reeper. Reeper siehst du mal? Ich habe zwei Reeper gesehen. Jupp. Ich komme, schmeiß Granate. Granate kommt. Reeper. Wir müssen da beschmerzen die Kugeln so ein bisschen. Ja, alles klar. Ja, ja. Wow. Wir werden immer mehr Kugeln hier. Tentakel weg, eine. So ist Tentakel. So, die sind beim Tentakel-Fahrten die Richtung. Arka, du vernimmst du die Spinos, dass du sie vielleicht entsprechend auf die Reepers treibst? Aber sie kriegen das nicht hin. Wie viele Tentakel noch? Ich sehe gerade nichts. Ich glaube, es ist zwei hinter ihm. Noch zwei, ja. Menge Kugeln, die beim Wasser haben. Die treiben an, das ist alles gut. Boah, gibt da Gegend. Ja, Penny, ich bin auf deinen Kugeln. Ja, ja, ich habe das schon, ne? Boah, jetzt sind wir in der Spino, die sichtigt hier nichts. Da steht doch noch irgendwo eine Tentakel. Eins muss noch sein, ja. Ja, wir können nicht, ja. Die sind recht, richtig drauf. Sauer Dem ist boss damage Boss damage Wo bist du? Ja, ne ich seh dich nicht, ne ich hab gedacht da bist du Keine Ahnung wo du grad bist, grad schlechten Überblick Weicht die Kugeln sonst aus? Ja, okay gut Penny, guck mal Da ist eigentlich ein Knobel hier Da können jeder bei einem Tentakel stehen wo die hochkommen und die anderen gehen auf Post Das geht richtig gut Da stehen wir locker weg, also eine pro Tentakel Hinter mir ist ein Kugeln, kannst du ihn wegschießen? Weicht das? Ja, kite die, kite die Danke Wir sollten uns drum herum verteilen, mit einer pro Tentakel, wir fliegen locker weg Alles klar Da sparen wir viel Zeit Da bin ich hier stehen Ist der Reaper? Ich bin in die Nähe zum Elektron, aber da bin ich erst gewartet, bis der wieder aufkommt Gut Der Brust ist ganz weit runter, ist schon mal locker Nice, gute Schuss Oh, ein Spino ist gestorben Ja, egal Ein Tentakel ist noch, oder? Ja Aber der ist Elektro Ja Jetzt Jetzt hat er aufgehört Ah Vielen Dank War grad irgendwie leck Ist der Boss? Was? Boss Schaden Boss Schaden Boss Schaden Boss Schaden Boss Schaden Und die nehmen das am besten zum Spino Und Wieder weg Okay Wieder die selbe Schose Tentakels Wieder zurück Weg vom Boss Ja, wo ist der Boss? Der kommt ja wieder hoch mit den Tentakel Da ist er wieder Ja Selbe Spielchen wieder Guckt halt, sagt Bescheid wenn Nameless, wenn Reaper sind Ab auf die Tentakel Nein Kann man noch nicht damage tun? Nein, nein, nein Jetzt 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 geht los Boah Ich hab einen Deck Wir auch Jo Ja, weiter So ist Genie Genau Mach 250 Schaden grad noch in Tentakel Ventura Jo, Tentakel ist auch weg Weiter Tentakel weg Jawohl Jo Boah, der eine wollte gerade weg Also auf Google, Snow Oh, geil Ähm Boss liegt, Boss Damage Also können wir Einen Für zwei Tentakel nehmen Einer Auf den Mega Ah, schön Da ist ein Reaper, ne? Und der Rest geht auf den Box Reap hat auf jeden Fall Debuff Ich werde mal eine Planzette finden, wie wir das hier nicht schmecken können Boah, nur noch eine Runde Boah, nur noch eine Runde Eine Runde noch So Okay, eine Runde Nur eine Runde Oh mein Gott, Leck, ne? Leck, boah Leck, boah Tentakel weg, eine Wir auch eine Jo Aber wir müssen warten, wir sind eingekesselt Penny, viele Kugeln Viele Kugeln Ich bin abgemacht, ist gleich Ist auch eine weg Ist auch eine weg Hier ist nur noch Auf der anderen Seite ist noch was Jo, Elektro Und eine normale Gugeln steigen Oh Gott, gut Wicker Queen bei mir Das ist mein Queen Kommt Waffe ist drauf Ne, doch nicht Jetzt aber Ja Der hat mich auch zu Elektro hier Die Finger nicht Ja, wir killen Alles gut Okay, Boss Damage Wir killen den Boss jetzt Einfach nur noch auf den Boss Boss Down Nice gemacht, Leute Schön Good Job Nice, nice Was für uns alle jetzt ein bisschen 5 Minuten zu früh Man 5 Minuten zu früh 5 Minuten zu früh Ja Schön gemacht, Leute Und wir haben noch 4 Minuten Ja Mounted wieder ab von euren Tieren Ja Der Timer ist echt knapp Egal wo Nee, wir hatten noch eine Viertel Stunde oder so War noch gut Zeit Ja Jetzt 4 Minuten ist noch bis Silvester 3 Minuten noch bis Silvester Schau mal Geil Endlich Schau mal Geil Oh Jetzt guckt auf euren Arm Oh 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 O Oh Oh Und wir haben den Oh 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 Denke ich auch ja jetzt sehen wir wo das sich umschaltet Wir müssen unsere Tiere da wieder abholen gehen Und ein Verrückter muss runterfliegen, die Tiere hochladen und wieder zurück Deswegen habe ich plus fünf Level und jetzt kann ich noch mal plus fünf Level oben drauf packen Weil wir halt den Rockwell Boss gemacht haben, auch wieder so eine Ascension Das Ganze, ihr wisst ja auch im Schwierigkeitsgrad hart, kann man also 15 Level oben drauf machen Das heißt im Moment ist das Max Level von einem Spieler 130, was er erreichen kann Wenn er halt die Tech Cave auf hart gemacht hat und den Sir Edmund Rockwell hier auch auf hart umgekloppt hat Na gut, ihr habt das gesehen, wenn noch irgendwelche Fragen sind einfach in die Kommentare oder so Ich würde mich freuen, ansonsten sag ich mal frohes Neues, ne?